Okay, wir haben 20.30 Uhr, mir ist arschkalt, ich bin durchgefroren. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verkühlt gestern. Und ich meine, wenn man so einen Weg dahin hat, dann fährt man da auch einfach gerne hin. Wie viel Grad schätzt du es? Wie viel Grad denkst du, es ist hier draußen? 18, habe ich gemolken. Und Wasser, was meinst du? 13. 13? Zu kalt? Wir haben hier draußen nur 18, also ja, kalt. Meinst du nicht, dass das Wasser wärmer ist? Ich habe eine Frage, wie kalt das Wasser ist. Habt ihr so einen Temperaturmesser oder sowas? 20 Grad. 20 Grad? In Kartenmetern, ne? Okay, also ungefähr. Dann mal bis 5,5 bis 5,5 bis 5. Okay, danke schön. Ich Ich Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Außerhalb des Wassers haben wir wohl 18 Grad. Oh, ihr Lippen sind eingefroren. Nur gucken, ob man meine Gänsehaut sehen kann. Nee, warte. Falscher Arm. Kann man das sehen? Ja. Das ist kalt. Untertitelung. BR 2018